Über die Pläne des Arbeitsministers zur beschleunigten Integration von Ukrainern in den Arbeitsmarkt kann ich nun sprechen mit Gitta Connemann, CDU-Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Guten Abend in die Hauptstadt. Guten Abend, Herr Fittka. Arbeitsminister Heil will Flüchtlinge aus der Ukraine künftig im Abstand von sechs Wochen ansprechen und, wie er sagt, enger begleiten. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das bisher nicht gemacht wird? Das ist eine berechtigte Frage, die wir Sie stellen, denn tatsächlich ist es so, dass inzwischen ja 1,1 Millionen Geflüchtete in Deutschland sind, von denen aber nur ein Bruchteil Beschäftigung hat und vor diesem Hintergrund, ja, wieso wird erst so spät gehandelt, ja. Das heißt, im Umkehrschluss, Sie befürworten diese Pläne, so würde ich sie jedenfalls mal interpretieren, jetzt werden ja alle Ortsfach- und Arbeitskräfte gesucht. Welche Erfahrung haben Sie denn? Wie klappt denn die Integration der Ukrainer in den Arbeitsmarkt zurzeit? Dem Grunde nach brauchen wir ein Job-Turbo für Ukrainerinnen und Ukrainer, denn der Arbeitsmarkt sucht händeringend auch Fach- und Arbeitskräfte. Arbeit ist die beste Art auch von Integration und jeder, der in Arbeit ist, tut am Ende auch den Sozialkassen gut. Das könnte also ein Win-Win-Win-Situation sein. Fakt ist aber, dass die Beschäftigtenquote gerade von Ukrainerinnen und Ukrainern sehr niedrig ist, auch im europäischen Vergleich. Diese liegt bei nur 24 Prozent und zwar inklusive der Mini-Jobs, also eine eher nur bruchteilhafte Integration. Die Rückmeldungen, die wir erhalten von den Betrieben, die Betriebe sind tatsächlich offen, sie machen auch Angebote, aber zurzeit ist die Bereitschaft, dann auch Arbeit anzunehmen, eher gering. Würden Sie es denn auch befürworten, dass Flüchtlinge, die nicht in den Arbeitsprozess wollen, negativ sanktioniert werden? Ja, natürlich müssen Flüchtlinge genauso behandelt werden wie auch Arbeitslose, auch Bürgergeldempfänger in Deutschland. Und da gibt es das Prinzip von Fördern und Fordern. Wer eine Leistung vom Staat erhält, muss auch eine Gegenleistung erbringen. Und das heißt in diesem Fall seine Arbeitskraft anbieten. Und wenn das nicht erfolgt, muss natürlich sanktioniert werden. Deswegen sollte eine ukrainische Mitbürgerin besser behandelt werden als ein deutscher Mitbürger. Also jetzt soll dieser Turbo für den Arbeitsmarkt helfen. Es wird ja in den Reihen der Ampel darüber hinaus diskutiert, das Arbeitsverbot für Asylbewerber aufzuheben oder zumindest zu lockern. Wäre es nicht auch aus Ihrer Sicht an der Zeit, da wirklich neue Wege zu beschreiten? Es ist wichtig, neue Wege zu beschreiten, aber sie müssen solide sein. Allein die Ankündigung eines Jobturbos hilft nicht. Wenn man sich die Details ansehend, die heute von Herrn Minister Heil vorgestellt worden ist und von Frau Nahles, dann läuft es im Wesentlichen auf die Einsetzung eines neuen Beauftragten hinaus. Denn es werden keine Mittel für die Arbeitsmarktintegration im Haushalt bereitgestellt. Fakt ist aber, dass eine Integration in den Arbeitsmarkt voraussetzt auch eine enge Begleitung von Arbeitssuchenden oder denjenigen, die integriert werden sollen. Das heißt auch mehr Personal. Und diese Frage ist nicht beantwortet worden von der Ampel, auch nicht vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Das heißt, im Grunde genommen bleibt das dann den Arbeitsagenturen überlassen in den jeweiligen Regionen. Ob das Ganze dann so exekutiert wird, wie der Arbeitsminister sich das vorstellt? Zurzeit werden die Agenturen für Arbeit zwar mit einem hehren Ziel konfrontiert, aber in der Umsetzung alleingelassen. Entweder es gibt ausreichend Personal bei den Agenturen. Dann frage ich mich, weshalb die Integration bis dato nicht stattgefunden hat. Denn die Wirtschaft sucht händeringend Arbeits- und Fachkräfte. Oder aber es gibt nicht ausreichend Personal bei den Agenturen. Dann müssten Mittel im Haushalt bereitgestellt werden. Da läuft es aber bis dato nur auf einen Beauftragten hinaus. Und davon haben wir nun wahrlich genug. Sagt Gitta Connemann von der CDU, Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Ich sage vielen Dank für Ihre Zeit. Danke Ihnen.